Echtmatrosen ein sehenswerter Anblick. Eines der Wahrzeichen Flensburgs ist das Passagierdampfschiff Alexandra, das seit über 100 Jahren seinen Dienst verrichtet. Gleich nebenan bekommen sie in Bens Fischhütte das letzte Fischbrötchen vor der Grenze und ein besonders leckeres noch dazu. Lediglich 5 Kilometer liegt Flensburg von der dänischen Grenze entfernt. Die entspannte Atmosphäre in Flensburg ist auch dem Einfluss Dänemarks zu verdanken. Das Schifffahrtsmuseum an der Schiffbrücke zeigt Flensburgs maritime Geschichte und veranschaulicht diese durch eindrucksvolle Ausstellungsstücke. Weiter zum Oluf-Samsongang, einer der ältesten Gassen der Stadt. Hier stehen noch viele kleine gedrungene Fachwerkhäuser aus dem 18. Jahrhundert. Nur wenige Schritte weiter liegt das Norder-Tor und direkt dahinter die Norder-Straße, wo unzählige Paar Schuhe zwischen den Häusern baumeln. Die ausgelatschten Treter sind zum Aushängeschild Flensburgs geworden und obendrein ein cooles Fotomotiv. Weiter die Norder-Straße entlang Richtung Nordermarkt. Hier beginnt die Fußgängerzone Flensburgs, die von der großen Straße über den Holm zum Südermarkt mit der St. Nikolaikirche führt. Von dort sind es nur noch ein paar Schritte in die Rote Straße mit ihren gemütlichen Hinterhöfen. Im Rumhaus Brasch gibt es hausgemachten Rum zum Probieren und natürlich auch zum Kaufen.